Christen Eleison Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Michael, bitte für uns. Ihr heiligen Engel Gottes, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Apostel Petrus und Paulus, bitte für uns. Heiliger Andreas, bitte für uns. Heiliger Johannes, bitte für uns. Heiliger Jakobus, bitte für uns. Heiliger Bartolomeus, bitte für uns. Heiliger Maria Magdalena, bitte für uns. Heiliger Stefanus, bitte für uns. Heiliger Ignatius von Antiochien, bitte für uns. Heiliger Laurentius, bitte für uns. Heiliger Perpetua und Felicitas, bittet für uns. Heiliger Agnes, bitte für uns. Heiliger Anna und Joachim, bittet für uns. Heiliger Wendelin, bitte für uns. Heiliger Pirmin, bitte für uns. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Basilius, bitte für uns, Heiliger Aegidius, bitte für uns, Heiliger Martin, bitte für uns, Heiliger Benedikt, bitte für uns, Heiliger Franziskus, bitte für uns, Heiliger Dominikus, bitte für uns, Heiliger Franz Xavier, bitte für uns, Heiliger Pfarrer von Ars, bitte für uns, Heiliger Katharina von Siena, bitte für uns, Heiliger Theresia von Avila, bitte für uns, Heiliger Edith Stein, bitte für uns, Heiliger Paul Josef, bitte für uns, Heiliger Christus, alle Heiligen Gottes, bitte für uns, Heiliger Christus, bitte für uns, Heiliger Benedikt, Herr, befreie uns von allem Bösen, Herr, befreie uns von aller Sünde, Herr, befreie uns von der ewigen Verdammnis, Herr, befreie uns durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben, Herr, befreie uns durch dein Sterben und dein Auferstehen, Herr, befreie uns durch die Sendung des Heiligen Geistes, Herr, befreie uns, wir armen Sünde, wir bitten dich, erhöre uns, heilige in deiner Gnade dieses Wasser für die Taufe deiner Kinder, wir bitten dich, erhöre uns, Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, wir bitten dich, erhöre uns, Christus, Christus, höre uns, Christus, höre uns, Christus, höre uns.